Dank dem Ego Kulturprozent können ja alle günstiger ins Theater, in die Oper oder ins Konzert. Man sollte es noch viel bekannter machen, indem man gerade im Laden dafür Werbung macht. Dein Brot, mein Sohn. Dieser Waschreis bezaubert schön, ich will ihn hier ganz schnell nicht mehr sehen. Entschuldigung, Toilettenpapier. Ich zeig's Ihnen. Mach doch Spass, galetze. 28.50! Wie bitte? 28.50! Adieu! Die Kultur ist auch verdrech. Das ist auch eine gute Sache. Lalalalalala!